Die Frau wird ihre Kinder verlieren und seine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren und Menschen die zum Ermorden? Mach mir das mal klar, wozu sind diese da? Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt. Ich fürchte mich in diesem Atomraketenreich. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. So wird das mein Leben auch spielversetzt. Und wenn wir alle aufgehen, sag mir mal warum. Die lagen nie die Erde und wenn sie stehen, zeig ich jung. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, sind sie in sich tot. Ich find das schon mit Gott. Warum muss das so sein? Für alle Milliarden Menschen, immer ein auf der Welt. Wir fragen, ob sie das so wollen. Wir fragen, ob sie das so wollen. Das ist ja auch ein Geld. Und viel Geld für den Täniken von zu. Wie man so ein Trapetenbaum, und dann Gold im Briankenkampf. kann. Wie wir ihnen denken frei, dann geht's ja nebenbei. Auch umso wenig es im Mist, dass man sich nicht einig wird, welche dann nun der Name ist. Wer da manchmal noch gewöhnt wird, die ich genauso bescheuert bin. Naja, vielleicht kann ich doch nicht verstehen, wo ich zum Frieden wirklich bin. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch ein Kind. Wie wir ihnen aus Schönenwitz ist der absolute Hammer. Wahnsinn. Hat sie ganz prima gemacht, ne? Herzlich willkommen, sagen wir beide. Auch wir sind froh, dass wir heute hier ein kleines Ständchen bringen dürfen zu Ehren vom Getränkehahn geraten. und natürlich können wir nicht mit leeren Händen haben da ein bisschen was vorbereitet und dazu bitten wir mal den René auf die Bühne. René, hier ist er. Danke. Danke. Danke.